Holger Heinecke Holger Agrar- und Service GmbH und dort werden wir zwei Mähdrescher uns ansehen. Ich möchte Ihnen zwei neue Mähdrescher vorstellen, die mit dem Hypro Pflanzenölumrisssatz und unter Anleitung der Firma Hypro auf Rapsölbetrieb umgestellt worden sind. Das ist der CR 9080 und der CR 9060 von New Holland. Beide Motoren sind mit diesem Pflanzenölumrisssatz ausgerüstet mit dem Wegblock 12500. Der ist für Dieselmotoren zur Umrüstung von Pflanzenöl bis zu einer Leistung von 500 kW. Da unten ist er beispielsweise bei diesem Motor verbaut. Das ist der CR 9080, der ist mit einem Iveco-Motor Cursor 13 mit Pumpe-Düse-Direktanspritzung ausgestattet. Er leistet aus 12,9 Liter Hubraum 337 kW. Jetzt beginnt die Prüfung mit dem Leistungsprüfgerät der Firma Steinmetz. Kein Mess. Kein Mess. Auf Wiedersehen. Uh... Untertitelung. BR 2018 Ja, das sind identische Werte. Also Herr Heinecke, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir haben ja hier die Ergebnisse der Leistungsprüfung von der Firma Steinmetz. Und ich denke, das ist eine ordentliche Aussage. Wir wollen, dass die Maschinen auch ihren Dienst so erfüllen, wenn sie in der Ernte sind. Ich bedanke mich nochmal für die gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich auch. Und auf weiterhin gute Geschäfte. Jedenfalls. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020